Mächtig viel gestorben in Folge 1 von Thunder Force 4 auf dem Megadrive. Jetzt geht's weiter mit Nummer 2 der Lava-Welt. Ach du herrje, das kann ja heiter werden. Oh, geh weg da. Ah, tu mir nix, tu mir nix. Was könnt ihr denn alle? Was wollt ihr alle? Oh, ah, da hinten wäre was gewesen. Schade. Oh, da wird mächtig gefeuert. Vielleicht mal nach hinten so. Haha, Shield ist sehr gut. Oh, irgendwas hat von unten geschossen. Wer ist denn da so frech? Hallo. Oh ja, mal ein bisschen was über die Wände laufen lassen. Obwohl, das hilft auch nicht viel. Ei, 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 ei. Ah, doch. Naja. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Lass einfach mal hier das Ding. Oh Gott. Sag mal, da ist aber einer übermotiviert. Ach, hier gab's diese blöden Bubbles. Ja, stimmt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das jetzt gut gewesen? Ah, gut gewesen hier rein zu fliegen? Ich weiß ja nicht. Eigentlich nicht. Hätte ich mal auch den Schuss lassen sollen, ne? Weil das trifft nicht so gut. Puh. Mein normaler Schuss ist jetzt recht mickrig. Naja, das kann ja heiter werden. Aber ansonsten greift mich hier keiner an. Also entweder ich kriege die Gegner schon weg durch den Schuss. Oder das ist doch der... Ah, der Weg, der sonst relativ safe ist. Oh Scheiße, was ist das für ein Biest? Ah, lass mich in Ruhe. Was willst du denn? Was habe ich dir denn getan? Wo kann ich dich treffen vor allen Dingen? Au. Was? Wo bin ich gegengeflogen? Oh ja, Blade. Jetzt komm mir nur in die Quere, ne? Ich glaube, den konnte man gar nicht machen. Oh Gott. Den musste man nur eine ganze Weile überleben, oder? Ah, jetzt kommt wieder sein Rack. Ah, ne, da ist er weg. Okay. Also dafür, dass ich Blade habe, komme ich hier gerade nicht sehr gut durch, muss man ja sagen. Ah, da oben wäre was gewesen. Ja, gut. Überleben ist auch schon schön, sagen wir mal so. Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Sein Leben. Sag mal, gehen diese blöden Bubbles hier mal weg? So, Boss Time. Oh Scheiße. Ah, noch nicht mal alle Blasen weg. So ein Elend. Mit dem kleinen Schuss kriegt man die viel besser weg. Wer bist du denn? Oh, 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 oh. Ähm, Scheiße, wie mache ich ihn? So mache ich ihn. Oh, da kommt noch Zeug von der Decke. Wie schön. Jo, hier vorne ist das Köpfchen, würde ich sagen. Ah. Mann. Sag mal, muss das sein da oben? Scheiße, ich komme überhaupt nicht hin zu den Viechern da. Ah. Okay, dann soll es mir egal sein. Dann mache ich ihn so. Oh. Was hat mich denn jetzt schon wieder getroffen? Man sieht man in seiner vollen Pracht. Ah. Oh. Shit. Ah, ich kann die abschießen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Oh. 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 Das ist auch nichts. Scheiße. Der ist aber mal fit, muss ich sagen. Der ist mal flott. Flott unterwegs. Ja. Ja. Was jetzt? Ah. What new? What kommt jetzt hier? Ja. Oh. 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 Das sehe ich aber Folge 2 gefährdet. Scheiße. Hatte ich nicht mal 6. Warum? Warum? Wo sind die alle hin? Oh. Oh Gott. Oh. Aber man kommt doch wieder rein, ne? Man kann sich dann irgendwie erinnern und... Ha. Ja. Toll. Aber da hilft es natürlich überhaupt nichts. Ah. Was ist denn das für ein Zeug hier? Oh. Wow. Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Echt übel. Oh. Ah. Wo gehen wir denn diesmal lang? Ah. Ah. Den mache ich jetzt von oben fertig. So. Ja. Ich glaube die Waffe ist doch echt... Ganz günstig hier. Oh. Ah. 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 Diese... Oh. Diese Klaw. Diese Kralle. Die... Nimmt auch ganz gut diese Bläschen weg. Da muss man noch nicht mal schießen. Ah. Aber trotzdem. Ich habe jetzt so einen kleinen Schuss. Der geht ganz gut dafür. Aber ich zeige es euch mal. Oh. Das war dann ein schlechter Vorführeffekt. Die nimmt das ja gar nicht weg. Oh. Ein paar Pixelfehler. Wenn man so will. Ah. Ne. Ne. Lass mich in Ruhe. Scheißvieh. Oh. Gott. Ja. Und da war mein Schutzschild weg. Mann. Was ist denn hier los? Ich mache mich mal ein bisschen schneller. So 25% ist nicht ganz okay. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Der Feuer hat so viel Zeug raus, ne? Wow. Ich habe den gekillt. Wusste nicht, dass das geht. Ah. Aber habe ich glaube ich vorher schon geschafft, ne? Ah. Da ist sie wieder. Ich habe sie ja. Oh. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Na toll. Ah. So. Oh Mann. Oh Mann. Am besten schießen, solange ich sie noch habe. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. Scheiße. Oh. Was wollten die da oben? Oh. Oh. Ah. Das ist alles nicht schön. Das ist alles nicht schön. Ach. Der schießt ja auch noch. Der setzt ja auch noch diese Viecher ab. Ist ja unfassbar. Aber ich habe es eben nicht gemerkt. Scheiße. Oh Gott. Wie soll ich die denn treffen? Mit dem hier. Ah. Mann. Gerade in dem Moment, wo ich auf die Waffe umschalte. Das ist alles. Oh. Autsch. Letztes Credit. Unfassbar. Es purzeln die Leben. Schade. Ich hätte gedacht, ich kann das noch besser präsentieren. Aber hier ist echt irgendwie Hopfen und Malz verloren. Da kommen gleich wieder diese Viecher, die von unten schießen. Ach so. Könnte ja jetzt schon mal wechseln. Ja, das wollte ich machen. Genau. Ja, das hilft einem doch sehr. Oh. 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 Oi, 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 oi. Ah. Puh. Da oben halt die Klappe, ey. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Der nur wieder. Oh. Oh Mann. Ah. Ah. Ui. Okay, hier kommt zumindest auch gerade nichts rein. Angemeinheiten. Außer der von da oben. So, jetzt noch mal ein bisschen die Wände bearbeiten. Ah. Wo kommt das eigentlich her? Oh. 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 Es lebt noch. Es. Was? I. Was ist denn das jetzt? Ah, ich glaube, ich muss das an der Wand loswerden. Kann das sein? Und geht das kaputt? So. Oh Gott. Nee. Ah. Diese Scheißlaser. Ah, den kann man am Kopf treffen tatsächlich. Aber wann soll ich das schaffen? Oh. Oh. Ah. Ah. Jetzt wirft er Raketen ab. Oh Gott. Das will. Oh Mann. Wenn ich hier schon so viel Leben verliere, ne? Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Haut er ab. Nein. 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 Ah. Uh. Scheißdreck. Okay. Ich habe ihn irgendwie. Ah. Ah. Ach Mann. Oh Gott. Alles verpasst. Ah. Das wollte ich machen. So. Äh. Erstmal so durchfeuern. So. Hilft mir das jetzt was? Obwohl, das kriegt der doch dann eigentlich auch ab, ne? Das ist ja die beste Waffe überhaupt. Ich hoffe, ich überlebe einen kleinen Moment. Jetzt dürfte sich eigentlich nichts an der Wand festsetzen und er kriegt das Ding auch in die Fresse. Ich bleibe mal bei der Taktik. Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass kein Bläschen mehr hier zu nahe kommt. Puh. Oh Gott. Ah. Er ist jetzt ein bisschen unverschämt mit seinem Zeug, was er da schießt. Aber ich glaube, meine Taktik geht auf. Äh. Ich fühle mich relativ safe. Kann ja auch mal so über sein Köpfchen gehen, wenn er gerade nicht spuckt. Oh. Für einen Moment passiert dann ja nichts. Wo kommt denn dieses Geschoss her, wenn ich mal fragen darf? So. Also hier treffe ich jetzt auf jeden Fall seine Fresse. Aber so richtig beeindruckend zu beeindrucken scheint es ihm auch nicht. Weil er noch nicht in die nächste Phase gegangen ist. Was ist denn das? Wenn er in die nächste Phase geht, bin ich instant tot. Weil er dann hochkommt. Ah. Okay. Ich bin nicht sofort tot. Was machen wir denn mal? Machen wir mal. Machen wir den hier wieder. Ah. Scheiße. Okay. Ich probiere es nochmal so. Was jetzt? Was kommt jetzt? Ach. Jetzt kommen da gleich wieder diese Flammen raus, oder? Ah. Ich halte mich noch ganz gut. Das ist die Feiglings-Taktik. Ah. Ich muss mal auf die Höhe gehen, damit ich ihn auch... ...schön da oben... ...treffe ich den überhaupt? Na, kaum, ne? Kaum. Jetzt... Uah! Scheiße. Beim Ausweichen. Krepiert. Ah. So, in der Mitte kommt... Oh, scheiße. Au! Da kommen immer diese Laser raus. Was macht er jetzt schon wieder? Ich muss eigentlich unten bleiben, wenn diese Laser rauskommen. Und darf nur mal kurz hoch, wenn sie nicht rauskommen. Oh, scheiße. 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 Äh. Ah, nun stirb. Komm, ich will wenigstens dich schaffen. Ah. Außerdem ist hier dieses... Oh. Gesteins... Ah. Wow. Der Gesteinsmist. Ah. Oh, scheiße, Mann. Jetzt... Jetzt ist doch mal gut. Oh. Puh. Hehehe. Oh, die Mucke. Na gut, ich bin immerhin schon Stage 7, ne? Machen wir wieder den hier. Vielleicht hilft's. Da kann ich mich allerdings wirklich nicht erinnern. Oh, Gott. Dass ich das früher mal mehr ausprobiert hätte. Also, ich muss sagen, der Schuss ist eigentlich ziemlich gut. Und der wird... Oh, Gott. Höh. Nein. Was? Bin ich auch so gierig? Ach, ich hab ihn ja noch. Puh. Ähm. Ja, dieser Snake-Schuss oder was das war, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ein bisschen schneller werden. Oh, 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 oh. Oh, ich glaub, der bouncet hier wild. Oh. Ähm. Soll das so? Ich glaub, der bouncet hier wild hin und her. Okay, soweit verstanden. Kommt immer drauf an, welche Seite aufgeht. Na, jetzt hab ich mich gut getroffen. Hm. Mach mal 50% sonst. Zerstelle ich hier an der Wand. Ja, ich glaub, mit der Waffe treff ich jetzt grad gar nicht. Naja, einmal kurz getroffen. Insofern, ich muss mich trauen, von vornherein zu hämmern. Uh. Wenigstens kurz. So schwer ist er noch nicht. Äh. Oh, was, was bedeutet das? Okay. Puh. Puh. Okay, das geht eigentlich, wenn man weit genug weg ist. Jetzt mal der rückwärtige Schuss. Äh. Äh. Was hat da nicht noch alles drauf, ne? Haha. Hopp. Äh. Ich bin ja auch immer froh, egal in welchem Spiel, froh über jeden Boss, der nicht tausend kleine, oh Gott, tausend kleine Helferlein um sich rum hat. Ah, jetzt ist natürlich, ha, das, das ist auch nicht schlecht. Erledige ich die kleinen Spinnenviecher ganz schnell. Oh Gott, dieser Schuss muss mir noch ein bisschen erhalten bleiben, bitte. Haha. Oh nein, ist doch schon wieder Boss-Arena hier. Ah. Scheiße. Ah. Oh no. Äh, habe ich noch was? Dieses, dieses Piepen wie bei einer technischen Störung passt jetzt echt gut. So, das ist der nächste Versuch hier in Thunder Force 4. Habe mich wieder hingespielt. Allerdings, muss ich eine Sache ganz klar sagen. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert oder hatte es ein paar Mal probiert. Ohne den Cheat, den ich jetzt anhabe. Ich nenne es mal Cheat. Ja, es ist ganz klar ein Cheat. Oh, weil man sieht, hier geht nichts, ne? Es ist so grauenhaft. Ich habe jetzt unendlich Leben, wenn man so will. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Es geht einfach nicht. Ich kann auch nicht reden. Es ist schrecklich. Oh. Ho, ho. Mal wieder ein Schild ist ganz hilfreich. Eieieieiei. Puh. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe. Glaubt es mir bitte. Ich habe es irgendwann mal geschafft. Oh. Oh. Oh, Gott. Aber ich komme hier keine drei Meter weit mehr Es ist wirklich unfassbar Und es ist lange nicht das letzte Level So, jetzt bin ich schon wieder Jetzt bin ich schon wieder ohne Schild und alles Oh Gott, oh Gott, oh Gott Also die Sache ist die, ich kann zumindest nicht sterben Aber ich verliere ständig meine Schüsse Jetzt hatte ich sie gerade wieder, weil ich Oh Gott, einen vernünftigen Speicherstand irgendwie versucht habe Ah, mir zu erspielen, oh Gott Ich bin ein bisschen zu schnell, ne? Da kann man wieder auf 75% gehen Oh, beziehungsweise den Schuss kann man auch mal nehmen Keine Ahnung, was hier Böses auf mich zukommt Ach ja, wie schön Hau ab, hau ab, Mann Oh, diese Bosse, ne? Ah Oh, oh Oh, 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 was macht der? Hilfe Er ist nicht angreifbar Dieses Schwanzwedeln, ne? Das macht mich sowas von nervös In so Bossen von damals Ja, können wir gerne so machen Ah, 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 ah Oh Mann Also das, wie soll man denn? Komm jetzt Zeig deine hässliche Fresse Geh kaputt So Das war natürlich maximal der Zwischenboss Ach ja Das kann man auch mal wieder nehmen Ehrlich, ich bin über so Slowdowns Oh, das habe ich freigelegt Auch mal ganz dankbar Oh, oh Gott, oh Gott Ja, da muss man irgendwie diese Ah Diese, ah Diese Teile Oh Gott Diese Scheiß Dieses Ah Mann Das, was da dunkel ist Mein Gott, ich kann nicht reden Ich muss mich hier so hart konzentrieren Auf diese Scheiße Diese blöden Motten, die man abschießt Die treiben einen nach oben Oh Man hat keinen Platz Absolut keinen Platz hier Ah Es ist furchtbar Okay, einer ist weg Der zweite Ja, ist auch weg Jetzt kommt hier Die Eule persönlich Ah Oh Gott Vielleicht darf man auch manchmal Nicht so viel schießen Keine Ahnung Oder man muss es so Peu a peu Wegbekommen Oh Gott Ich hasse dieses Biest Mann Wie soll ich den treffen Na komm, mach Es ist einfach Also jetzt stelle man sich vor Ich würde hier normal leben Oh Gott Normalleben verlieren Jetzt ruft er auch noch um Hilfe Oh Mann Scheiß Bieste Alter Hab ich nicht genug zu tun Es ist echt nicht nachvollziehbar Was die von einem wollen Und es ist nicht nachvollziehbar Wie ich das jemals geschafft hab Ja, jetzt stirb doch endlich Okay, mal drauf halten Oh Ah ja Ich glaube hier war es besser Wenn man hier vorne bleibt Weil man dann nicht nach Nicht so nach oben gedrückt wird Oh Horror Level Horror Level Aber gut Ach das Stage Trotzdem nach wie vor Supergeile Mucke hier überall Ne Das kann man ja mal sagen Oh So, jetzt machen wir mal auf 50% Geschwind Oh Geschwindigkeit Hey Caramba Damit ich hier nicht überall anecke Oh 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 Ich glaube Oh Ach ja Das ist toll Das musste man runter Runterschießen Ist mir egal Ist mir egal So Und es bleibt dann nur so lange unten Oh Wie ich es anschieße Genau Ah Ah Oh Gott Oh Was machst du Durch da Boah Oh Die Mucke Echt nicht zu verachten Die halten gar nicht so viel aus Aber man muss trotzdem nicht In dem Weg stehen Sag ich jetzt mal Oh Oh Hilfe Könnte ich die da hinten noch kriegen Keine Ahnung Oh Man kann ja auch Ärger aus dem Weg gehen Man muss ja nicht alles abschießen Ah Oh Ja komm jetzt Krepier halt Was soll die Scheiße Geh kaputt Wie oft soll ich noch drauf halten Ach das wird ein Boss Oh 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 Ah Hier ist lauter Zeug Oh 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 Also Da Da kommst du doch nicht mehr hinterher So Kurz mal aufladen Ja Ich Bin bereit Würde ich gerne sagen Aber ich bin hier nie bereit Puh So Dann war der auch weg Beziehungsweise Der ist glaube ich Nur ungefährlich Geh gemacht Kommt noch was Ah 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 Schön Noch ein Leben geholt Ah Ja Shield Sehr gut Shield ist das Beste Was mir passieren konnte Scheiße Ja obwohl So schlimm war das Gar nicht Ah Ja Ja also das da oben Würde ich mir auch gerne ersparen Insofern Ist okay wenn ich hier bleibe Ah 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 Scheiße Ah 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 So Hättest du da oben was gegeben Oh Blade Blade Sehr gut Ach hier geht's oben weiter Okay 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 Ups Ah 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 Scheiße Und ich fliege voll rein Ne Ist ja auch schlau gewesen Kommt der nochmal hier hoch Hallo Hallo Ich kann drauf verzichten Danke Danke Ah Ah Jetzt kommt Kleinkram Iiii Mal lieber draufhalten Oh Gott Also Äh Muss schneller werden Höh Alter Das Wie Wie Erklär mir doch mal wirklich einer Äh So langsam wollte ich gerade gar nicht werden Ich wollte die Waffe umstellen Ah Ach du Scheiße Hoho Ja gut Leben kriege ich Aber das bringt mir auch die Waffen nicht zurück Ne Ah Ach du Scheiße Hohohoho Ja Den Slowdown erspare ich mir mal Indem ich jetzt nicht noch extra schieße Oh oh Blub 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 So machen wir mal wieder auf 75% Diese ganzen Parallax Ebenen ne Die wirken heute nicht mehr so beeindruckend Oh Nicht mehr so beeindruckend Aber damals War das schon geiler Shit Das war das nächste was man Hatte Um an 3D ranzukommen Äh Oh Ah in der Mitte kann ich treffen Okay So das geht eigentlich noch ganz gut Würde ich fast sagen Ich hab einen starken Rückschuss So Die kann ich nur in der Mitte treffen Aber das reicht Ja Jetzt geht ein bisschen was weg Äh Die außen gehen nicht Doch Die gehen auch Der untere zumindest Der obere Da bin ich noch nicht so erfolgreich Da wird nichts rot ne Wie man sieht Und Geh mal kaputt da Ja so Jetzt ist es ja sehr ungefährlich geworden Ich treffe echt kaum So Jetzt treffe ich ein bisschen Ho Okay Ah Ach herje Ja da hab ich ja Bock drauf Witz komm raus Wo soll ich da hin Bleib jetzt bei dem Schuss Nach unten oder was Na was heißt nach unten Er kommt ja mit mir mit Jetzt macht er sein komisches Zeug da Oh Oh scheiße Alter würde ich mich ja die Kretze ärgern Wenn ich das jetzt hier regulär spielen würde Treffe ich ihn überhaupt Oh 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 Einmal Oh Aber dann ist er offen ne Nur dann ist er offen So jetzt kann ich auch treffen glaube ich Ich kann es gar nicht so richtig wahrnehmen Ob ich treffe oder nicht Jetzt treffe ich glaube ich Oh Gott Ich bleib jetzt bei der normalen Waffe Ich Und ich geh auf 100% ehrlich gesagt Ah Mann ey Wie schnell man da in was reinfliegt Es ist die Hölle Es ist echt die Hölle Oh Ey das ist mir so egal ne Ah Oh 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 shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh was kommt denn jetzt für eine Phase Äh Wow Uiuiui Machen wir jetzt hier boxen Brrr Ich baller schon so in die Mitte rein ne Eigentlich unfassbar Was der aushält Aber gut dafür sind Bosse Bosse Ach scheiße Das hätte nicht sein müssen Boah jetzt stirb doch mal Junge geh kaputt Ey Keiner will dich Keiner will dich Du bist hässlich Aha Ach er hat schon eine Oh Ach ja Sowas gab es ja auch noch Er hat schon eine Klaue verloren Wollte ich sagen Immer schön reinhalten in die Mitte Oh Okay über so eine Flüchtigkeitsfehler Muss man sich jetzt auch nicht mehr ärgern Oh Ähm Ja Haben wir das dann jetzt bald Oh 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 So einfach gibt der auch nicht auf ne Ha Na komm Ich baller die alles weg Ha Jetzt nochmal rund hier Boah Ähm Nochmal abballern Nein das war's Er flüchtet sich in eine andere Dimension Und ich flüchte mich Aus der Folge raus Ich mach noch eine dritte draus Das ist jetzt die finale Stage Das wird nicht mehr so lange dauern Das wird ein kleines Schmankerl In Äh In der nächsten Folge Also Folge 3 In der ich eine Million Mal sterben werde Da sehen wir uns dann nochmal wieder Hier bei Thunder Force 4 Um Gottes Willen Es tut mir leid Ich kann es nicht anders präsentieren Ha Gut Also Bis dann Tschüss Tschüss